Herr Steingart, wie ist Ihr Eindruck von der TURI 2 Edition? Innovativ. Das heißt für Sie, was ist innovativ? Ja, guter Journalismus mit erstmal guten Geschichten und dann auf eine interessante Art dargestellt, also in Bild und Text, aber eben auch mit Videos, die ich aus dem Magazin selber abrufen kann. Das heißt, hier wird über Innovation berichtet, geschrieben, aber Innovation wird zugleich auch erlebbar. Ich habe es jetzt zum ersten Mal in der Hand. Ich bin fasziniert, zunächst mal über die Darstellung, schon die Printdarstellung. Ich bin ja ein alter Printmensch und deshalb daran besonders interessiert, aber ich überlege, wie denn diese Kombination mit Video und allem darum und dran wirken wird. Für Sonderereignisse, glaube ich, ist es eine hervorragende Idee und ich werde sie jetzt mit meinen Töchtern besprechen. Einer davon hat eine Werbeagentur mit anderen Partnern zusammen und ich bin gespannt auf deren Urteil. Das heißt, wir haben harte Kritiker? Die haben sie in jedem Fall. In unserer Familie haben sie die immer, aber bei meinen Töchtern, die alle berufstätig sind, alle irgendwo mit der Kommunikation zu tun haben, mit Sicherheit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020